Und heute auf dem Weg nach Weiden. Und zwar zu unserem Materiallieferanten Mitras Materials GmbH. Und da schauen wir uns das mal an. Vom Granulat, vom ABS-Korn sozusagen bis hin zur fertigen Kunststoffplatte, die es in verschiedenen Oberflächen, in verschiedenen Farben gibt. Und die wir dann dazu hernehmen, um eure Spoiler zu produzieren. Ich denke mal, es wird eine super interessante Angelegenheit. Und Servus, Thomas. Hallo, grüß euch miteinander. Hi Dominik, grüß dich. Toll, dass die Franken-Connection bei uns sind hier in Weiden. So ist es, so ist es. Der Thomas ist im Endeffekt mein Verkäufer. Es sind immer zähe und harte Verhandlungen, damit ich für euch den besten Preis bekomme. Aber unterm Strich funktioniert es immer gut mit der Firma Mitras. Und auch hier jetzt der Geschäftsführer. Servus. Servus, wie geht's? Dann dürfen wir euch reinbieten? Gerne. Jo, so und jetzt sind wir im sogenannten Showroom von euch. Ja, jetzt sieht man auch mal, was ihr alles macht. Also es geht ja nicht nur um Tuning. Im Gegenteil, das ist ja glaube ich nur ein ganz kleiner Prozentsatz eurer Umsätze. Ja, natürlich, unsere Produkte gehen unter anderem in den Caravan-Bereich, unter anderem in den Nutzfahrzeug-Bereich, Busse, LKWs, Baufahrzeuge etc. Die Dachboxen oben, unverkennbar. Hier ist der Weltmarktführer dabei, die Firma Thule, die Thule-Gruppe. Auch hier geht es hier in den Tuning-Bereich, in die Erstausrüstung hier. Also 1G ist das dann, oder? Das könnte so ein Teil sein, ja. So was ist doch das. Schaut so ein bisschen nach, keine Ahnung, hier so C63 oder so aus. Und hier im Endeffekt Materialmuster, also nicht nur Oberfläche, sondern auch Farbmuster, wenn ich das jetzt richtig sehe. Im Endeffekt kannst du mir jede Farbe einstellen, oder? Wir hatten ja gemeinsam auch mal dieses coole Kupferprojekt, dieses Kupfermaterial produziert. Genau. Und wir sagen dir im Endeffekt, oder der Kunde sagt dir im Endeffekt, wo es hingehen soll. Gebt ihr ein Farbmuster mit und ihr versucht es dann im Labor nach zu mischen. Also wir machen ein eigenes Color Matching, nachdem der Rohstoff, die Rezeptur klar ist, haben wir ein eigenes Color Matching. Wir haben also eine eigene Farb-Koloristik. Und wenn man hier so rüberschaut, hier sind nur spiegelbildlich ein paar, auch noch thermo geformt, mit unseren kleinen Fahrzeugen. Super cool. Und dann, das ist ja noch das coole, wenn ich jetzt mal hier diese Karte hier nehme, es gibt ja nicht nur die verschiedenen Farben hier, die man aussuchen kann, aber man kann auch verschiedene Prägungen aussuchen. Also nicht nur die Haptik des Materials. Hier haben wir ja gesagt, hier haben wir TPUs, es fühlt sich so ein bisschen wie Leder an, dieser Soft-Touch, wie man eben aus dem Armaturenbrettbereich erkennt, sondern man hat dann auch noch diese glatten Materialien, allerdings mit einer entsprechenden Struktur drauf. Hier sieht man zum Beispiel eine ganz starke Struktur hier. Genau. Oder hier schaut es aus wie wenn man Leder, könnte man mal einen Lederspoiler machen, wäre auch immer ganz witzig, ne? Jetzt wird es vielleicht mal interessant zu sehen, wenn man hier, wie funktioniert das? Also im Endeffekt kommt da ein Kunststoffgranulat, so ein Körnchen, in welcher Größe an? Weißkorngröße. Weißkorngröße in etwa? Ach, der 8er, 10er, glaube ich, so ungefähr sind die Korngrößen. Ich will es mal kurz noch mal versuchen zu erklären. Das Material wird aufgeschmolzen, wenn man die Extruder dann vielleicht noch mal kurz anschaut oder sieht, da sind wie so Schnecken drin in diesen Maschinen. Es wird nach vorne gefördert, wird immer heißer gemacht und vorne dann über diese Breitschlitzdüse wird es rausgedrückt und läuft dann über Walzen zum Teil zum Prägen, wenn eine Prägung, eine Nahrung drauf ist und die Kühlstrecke runter und wird dann ganz vorne abgeschnitten aufgrund der Formate, die du dann brauchst. Ich sage es jetzt mal im Schnelldurchlauf. Und das Ganze zum Teil in vier, fünf verschiedenen Schichten. Also in so einer Platte, die grüne, eine weiße, eine gelbe, sind vier verschiedene, fünf verschiedene Schichten in dieser Platte. Also ein riesen Aufwand im Endeffekt und dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an und fangen vielleicht gleich beim Materialsilo an. Ja, würde ich sagen. Gehen wir runter. Also los. So, Thomas, und jetzt sind wir hier in der heiligen Halle, wo das Granulat aus dem Silo reinkommt. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay, super. Also das heißt, das sind eure Anlagen. Die Halle hier selber existiert seit circa zwei bis drei Jahren. Wir haben hier investiert in zwei Extrusionslinien mit einer Breite von 2,20 Meter und 2 Meter Nettobreite. Wahnsinn! Und das ist alles wie so ein Spoiler-Held. Sehr krass! Das ist jetzt das Acryl oder PMMA. Und diese paar wenigen schwarzen Körnchen in dem transparenten PMMA geben dann die Farbgestaltung. Das sind schon kleine Prozentzahlen. Und dass das so richtig tiefschwarz ist bei uns, und da haben wir ja auch bei dem Wettbewerb oftmals einiges voraus, das ist dann der richtigen Rezeptur geschuldet. Genau. Und oftmals gibt es nämlich so andere Hersteller, gerade im Spoiler-Bereich bei uns, dann ist das dann mehr so Anthrazitfarben. Und die haben dann im Endeffekt fünf von den schwarzen Körnchen gespart. Genau. Und bei uns ist es wirklich tiefschwarz und farbig. So, und jetzt sind wir hier im Labor. Was ist das hier? Waschmaschine? Das ist hier dieser Quick-UV-Test, diese Q-UV-Bewitterung. Die Maschine läuft also jetzt gerade. Die ist also bestückt mit diversen Mustern. Da läuft auch immer wieder abwechselnd mal eine Spray-Funktion mit Wasser. Dann wird wieder getrocknet, praktisch mit UV-Bewittert. Und alle 256 Stunden werden die Proben entnommen und wird gemessen. Wichtig ist natürlich vor allem der UV-Test, weil wenn das Material einfach die UV-Beständigkeit nicht schafft, dann dringen die Strahlen durch und schädigen das Material runter, das ABS. Und deswegen ist die richtige UV-Einstellung auf jeden Fall wichtig und das wird auch bei diesen UV-Tests auch nochmal geprüft. Hier hinter dir ist der deutlich teurere Test, das ist der Xenon-Test. Auch hier, man sieht wieder, brauchen wir sehr, sehr viel Wasser. Also hier so eine Testserie, muss man ungefähr rechnen, mit dem Wechsel der Lampen kostet ungefähr 2.500 Euro. Also eine Testserie. Ja. Hier sind wir jetzt in unserem mechanischen Prüfraum. Wir prüfen ja alles hier strikt nach Norm und unter anderem für ganz, ganz viele mechanische Prüfverfahren nach Norm ist vorgeschrieben, dass wir in einem genormten Klima prüfen. Also hier praktisch in diesem Raum haben wir immer 23 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit mit einem gewissen Toleranzbereich, um hier einfach unter genormtem Klima unsere mechanischen Prüftests zu machen. Hier haben wir unsere Biegezug- und Druckprüfmaschine. Mit dieser Maschine können wir den E-Modul messen, wir können die Schlagfähigkeit messen, wir können Biegeprüfungen machen. Wir haben hier einmal ein Gerät, mit dem messen wir die schnellste Volumenfließrate von unseren Kunststoffgranulaten. Also das ist für uns eine wichtige Wareneingangsprüfung, um das Fließverhalten von unseren Rohstoffen beurteilen zu können, damit es an der Maschine dann mit den gleichen Prozessparametern immer richtig gut läuft. Also jedes Mal, wenn ihr eine Lieferung bekommt, wird nochmal nachgeprüft und darauf auf das Flussverhalten hin wird die Maschine eingestellt. Teils, teils, also stichprobenartig machen wir das. Bei manchen prüfen wir mehr und bei manchen prüfen wir weniger. Und als zweites Prüfgerät haben wir hier unser digitales Mikroskop, mit dem wir überwiegend im Falle einer Reklamation Schadensanalys machen. Wir können hier unsere Schichtdicken messen, wir können uns hier Oberflächen ganz genau anschauen. Man kann mit diesem Gerät auch 3D-Aufnahmen machen und Höhenunterschiede darstellen. Ja, das wird überwiegend dann für solche Geschichten verwendet. Also wir arbeiten mit absoluten Profis zusammen, so muss es auch sein. Das ist der Grund, warum bei euch der Spoiler entsprechend High-Quality ankommt. So, und jetzt an der Verladestelle. Rauchwaffen LKW, die Platten und ab zur Kundschaft. Thomas, vielen herzlichen Dank für die Eindrücke. Jetzt wissen wir und natürlich auch unsere Kunden und Zuschauer, was aus so einem kleinen Plastikgranulat alles geschehen muss, dass dann da am Schluss ein Spoiler wird. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank nochmal. Danke Dominik. Auf weiterhin gute Geschäfte und für euch dranbleiben. Daumen hoch, wohlwollende Kommentare und bis demnächst. CSR Mitras. Mitras. Alles Gute. 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 Alles Gute.